Musik Sie beginnt mit dem Schritt aus der Haustür und jetzt erst die Passage in Zuckerbrüchen. Musik 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 So eine größere Schneefläche und da ist man mittendrin so ein großer schwarzer Punkt. Das ist ein großer Felskurm oder ein Felsblock, das ist die Hütte. Musik 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 Mein Name ist Mohan. No more can eat it. So, let's take a look at this one. Beledra. The original taste is Beledra. Jetzt muss ich mal voll ausfahren. Das ist die Hälfte. Ich glaube, es sei nicht verwendbar. Ja, klar. Ich verwende seit Jahren das Problem mit Weizweiter. Erfolglichen Aburteilen. Ich bin schon als klar. Ich bin schon als klar. Also, Mutterschießlos. Es zieht hier. Es zieht sich. Es muss aber flott gehen. Sonst fühlt man aus. Das ist ganz, ganz. Es kann kurz stehen bleiben. Du hast dringend, und dann muss man weiter drücken. Sonst füllen wir aus. Ich habe jetzt bewusst, den Haus noch ein bisschen länger gezogen. Und das ist schon mal dringend. Der Eindruck, dass da ja auch die Tränkeflaschen hat. Und dann muss man was zum Rücken machen. Ja, ja. Und was zum Rücken machen. Du lernst schon gar nicht viel. Achtung wieder. Genau. Nach der Planung hier machen wir zwei Däckchen. Jetzt nehmen wir zwei Däckchen. Ja, genau. Nach der Planung hier machen wir zwei Däckchen. Jetzt nehmen wir zwei Däckchen in den Boden. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie er gerade der Böscher ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Das ist gut zu. Musik 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 Es ist wichtig, dass wir hier auffrisch werden. Einmal aushauchen bitte. Oh, das ist zu viel. Oh, das ist zu viel. So, this is your shop. So, you can buy everything here. Gut. Über den Zustand der Toiletten sollte man sich keine Illusionen machen. Neue medizintechnische Anwendungen. Du bist aber ganz schön selbstbewusst. Was die Größe angeht, nein. Man muss ein bisschen angehen. Nein Leute, packen wir es oder packen wir es nicht? Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020